Hallihallo und willkommen zurück bei Intercity Leider ist in der letzten Folge im Bezug darum nicht gelaufen, dass quasi meine Stimme nicht dabei war Deswegen möchte ich sehen noch mal herzliche Feiertage und Weihnachten und euch sehr und was möchte ich euch wünschen für einen Rutsch Ähm Genau Dieses Jahr gibt es wieder die Tradition, die es letztes Jahr leider nicht gegeben hat, weil ihr damals mal einen Kanal gelöst habt Ähm Weil auf WC es ja immer und so als zwei Wochen immer ein paar Folgen von Disney in Feiertage kommen Und jetzt läuft schon abends Sonntag Disney Sweets Club Ähm Und Ja genau Deswegen haben wir gedacht Jetzt sei Dank, dass wir im Feiertage wieder spielen Genau So und ich glaube wir machen die das Ups Ich will das nicht einfach machen Jaaaaaaa Warte mal Warte mal Ja genau Warte mal Warte mal Schwert Atlas klinge Das finde ich aber nichts, oder? Ah, das kommt nicht gerne, außer das, gut, sind nicht zuerst. Ah, das ist aufnehmen, okay. Na gut, da kommt die Exit natürlich, oder? Aber doch, ich kann... Also, damit kann man nur rausfliegen. Okay, das war jetzt gerade irgendwie komisch. Ich wollte in ein Ding starten, in eine Luft starten. Vielleicht ist es mir dann höher. Ja. Ah, jetzt muss ich auf der Denken, will ich. Ups. Das Volk vom Biomaster Donald, die eigene Stadt zu. Nein! Da kann man rausfliegen, das ist ein Mensch dauer. Und da liegt es der Vögel, leider, die... die... Agenten... Oh, die Agenten von der Intercity! Leider, äh... Beste Folge ja nicht so erfolgreich geworden. Warte mal, das erste mal noch den Degen weg. Der wird jetzt wahrscheinlich in Kampf. So, genau. So, genau. Äh, dann nochmal sehen, wie das... Agententraining wirklich gescheit gemacht wird. Der Bögel weiß und der Goni und der Chef. Wir essen sie seit immer so weit zu sagen. So, wo kommen sie, wo kommen sie, wo kommen sie? Oh, jetzt hat sie einen großen Reifen für sie vorbereitet. So. Ne? Ah, jetzt kommen sie. Ah! 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 Buh-dua-dua-dua-dua-dua! Ehto! So, woher ich die Einde noch? Ops! Oh nein! Jaaaaaa! nav, ne? Ok, ja. Ja, imди ned Sie. Jesb strünü! Das ist ein Pistole. Er kann man gut? Ich weiß nicht, was er ist. Er hat eine Pistole. Das ist ein Pistole. Das ist ein Pistole. Oh, das bloß nicht nochmal. Oh, nein, nein. Ja, nein, nein. Oh, schon, Bürmeister. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich schaff das. Geht da. Ja, man hört sich, der Bürmeister schaff das locker. Ja, das war eigentlich eine Gurt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, was ist das? Was ist das? Geht ziemlich gut, ne? Oh, wie ist das noch mehr? Der hat gar kein Amtspiel gehabt. Aber brauchen wir damit? So, warte mal. Mal. Okay. So, da immer ne Musik-Box-Team. Ah, jetzt. So, da. Wollen wir noch mal noch? Wie kennt ihr noch einmal Rennform? Schau noch mal kurz, wie die Aufnahme geht. Wunderschön. Wollen wir noch mal gucken? 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 Oh, nein! Gasps, gasps. Ja, das ist so degasping. Ich werde es nicht mehr sehen. Aufwege, 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 ja, 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 und zum nächsten Mal, wir sind so viele Gäste, und wir gucken uns, wir müssen immer hinterher, wir müssen auswischen. Ja, ooooh! Und bevor der Hüftflüge... Oh ja, genau, da wird eine Feier eingebaut. Genau. Wir können hier mal fahren. Oh, nein. Oh nein. Problem ist, dass das echt klingt. Ja, eigentlich ein bisschen Gras. Aber da hat es gewusst. Da gefällt mir einfach... ...zu mich genommen. Nein. Da habe ich heute kein Geschiss gedacht, aber genau, deswegen... Wenn der... Wenn der Knoerdeckel ist, da überhaupt die Dinger... Also was, da muss man aufpassen. Da ist einer, aber... Ja, ich glaube... Mehr, mehr, mehr. Und da ist ja noch einer, aber ich glaube, der ist schon... der Knoerdeckel ist. Ich hoffe nicht, dass wir das hinterlegen wollen. Oder doch, 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 doch. Ich weiß nicht, dass wir da auch. Ich weiß nicht, dass wir so ein bisschen Gras... Ups, das ist eben... Oh, gut. Oh, gut. So. So. Superstar. Perfekt. Dem Strick ist es schon deutlich schwierig jetzt zu absorbieren. Oh, irgendwie mal gut. Oh, man kann es nicht rein. Was liegt denn da? Was liegt denn? Oder ein zweiter. Oh, das war ein Fehler. Der ganze Teil wieder. Oder zu meiner. Let's go for it. Jawohl. Jetzt soll ich dich wissen. Oh. 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 Oh, oh. Was ist denn ein Movie? So. Na, was er mei Und so? Azi bin ich für so gut Darfine, dass er in Saloon Oh, der brennt schon. Oh nein! Ich werde aufgehend fliegen. Nein! Ah, man kann sich wieder aufbrennen. Dann sieht der Donner-kleide-Sprein-Sön-er-vollfügelt-abgegeben. Oh, wenn man dagegen fliegt, muss man sagen, okay. Oh, man reicht nicht. So, der da war, okay. Ah, ich werde das Mikro ist. Und ich bin von der Zeit, okay? So, die ist der Daweil, okay? Ah, ich habe dasứ. Ah, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl. Genau. Am nächsten Mal ist das auch immer zu gehen. Wo? Oh nein. Nein! Okay, jetzt machen wir mal. Oh, nicht zu schnell. Jetzt müssen wir mal bleiben nach unten. Genau. Warum das zu machen? Ja, jetzt rutscht man so vorne. Jetzt noch... Jetzt! Ja, springt der jetzt nicht? Ich kann uns hier lassen können. Hoffentlich ist es mal am besten. Jetzt geht jeder rein. Oh, was ist das andere an? Da fällt eine Warnfarmer auf. Und jetzt raus, ey? Oh! 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 Da passt schon mal aus. Oh! Oh nein! Wo ist jetzt das Auto? Ist das Auto dahin? Na drauf steht's Na, irgendwas hat man da umgekehrt Ich bin mir sicher Okay Ich muss aber da umstehen können Also nicht nur das, sondern irgendwie Ich weiß nicht, wie es gar nicht ist Es muss nur eine Schausfläche geben Da aber drauf Wo? Vielleicht hinten Nein Ich bin bereit Ja, es sei auch Oh, es sei mir nieder Ja, das prende ich schon Ich bin bereit 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 Oh mein... Ich kibere schon, ich hab auch mal... Was ist das? Oh mein Gott, mein Mann! Eine freundliche Spinne aus der Nachbarschaft ist zu Diensten. Das war eine nette Verschnaufpause. Wie wär's, wenn wir uns wieder auf Verbrecherjagd machen? Das ist der Spider-Man! Oh, nicht der normales Spider-Man, sondern der Menon-Spider-Man. Oh, ich kenne mich schon fast um. So. Hey, Superstash! Okay! Hey! Oh-oh! Ich weiß nicht, was ich da tue! Sicher, ich tue mein Bestes! Oder tu wenigstens so! Wo ist der Polizist? Da! Oh, jetzt hat er zugemacht! Die Mause! So! Wo ist der Polizist? Wo ist der Polizist? Wo ist der Polizist? Oh-oh! Oh-oh! Ich bin schon von der Bar mehr, echt perfekt! Das ist ziemlich ähnlich wie der Donald eigentlich. Flieg! 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 Ich bin bitte jetzt los auf Eis. Oh, Jesus! Eeeh! Eeeh! Tsss! Eeeeh! Eeeeh! Eeeh! Ja, da kommt sogar die Entenfliegen, muss doch mal werfen. Gibt es so echt die Gas? Ja, da kommt man nicht mehr aufholen, jetzt haben wir ein bisschen mehr Dreck. Oh nein! So, dann sagen wir mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Fall. Bis zum nächsten Mal.